Leute, was machen wir jetzt? Roblox ist down und das ist jetzt kein Format oder so, sondern das ist Real Life, Leute. Roblox ist wirklich down. Erstmal, jo, was läuft? Leute, herzlich willkommen. Das soll mal so ein kurzes Infovideo werden. Ich weiß jetzt nicht, wie kurz es wird. Wir wollen uns ein paar Infos anschauen, weil Roblox ist momentan down. Also man kann Roblox momentan nicht spielen und das seit ein paar Stunden schon. Ich glaube schon in Deutschland sozusagen seit der Nacht, aber es ist so, ich glaube aufgefallen ist es seit heute Morgen. Also mir ist es zumindest heute Morgen aufgefallen und ich dachte, okay, das ist Server-Update oder so. Aber wir schauen uns jetzt ein paar Infos an und es scheint nicht nur ein Update zu sein, sondern es scheint wirklich momentan Probleme zu geben. Und ich hoffe, dass das im Laufe des Tages geklärt ist. Vielleicht ist es auch schon geklärt, wenn dieses Video jetzt online kommt. Ich versuche es wirklich schnell aufzunehmen und schnell zu schneiden und schnell online zu stellen. Aber ich hoffe natürlich, dass das im Laufe des Tages geklärt wird, weil wir wollen natürlich wieder Roblox spielen, ne? Ist ja klar. So, ich bin gerade auf YouTube und hier könnt ihr sehen, dass schon vor sieben Stunden das erste Video. Wir haben gerade wirklich 13 Uhr und da sind schon ganz viele Videos zumindest im englischsprachigen Raum veröffentlicht worden. Ich komme mir gerade vor wie so ein Nachrichtenkanal. Auf jeden Fall ist Roblox schon seit ein paar Stunden down und keiner weiß so wirklich wieso. Wir wollen uns gleich mal anschauen, ob wir vielleicht in Anführungszeichen eine Idee haben, aber ich glaube nicht. Im Endeffekt, genau, können wir hier sehen, dass Roblox is down again. Es gab die Möglichkeit sozusagen Spiele zu spielen zwischendurch. Das Problem ist aber, und das zeige ich euch jetzt mal, wenn ich mich versuche bei Roblox. Oh, warte. Jetzt ist die Seite wieder erreichbar. Okay, die Seite war gerade nicht erreichbar eben. Jetzt ist die Seite wieder erreichbar und genau das haben wir die ganze Zeit. Erlebnis konnte nicht geladen werden. Und hier oben steht auch, we are aware that some of you are having issues existing Roblox. Also erstmal wirklich sehr, sehr gut, dass daran gearbeitet wird. Es gibt aber auch eine Lösung, dass man, wenn man den Link hat vom Spiel, dass man sich direkt einloggen kann. Und das wollen wir jetzt mal prüfen. Okay, ich hoffe das funktioniert. Okay, Roblox werden auch wieder angezeigt. Das war heute Morgen auch noch nicht der Fall. Ich versuche mal bei Adopt Me reinzukommen. Okay, es funktioniert. Yo! Also es funktioniert auf jeden Fall, glaube ich. Ich warte. Ich komme wirklich bei Adopt Me rein. Okay, Roblox Data Servers are currently down. Okay, also hier könnt ihr es sehen. Wir kommen gerade nicht rein. Aber wir sind, hier sind auf jeden Fall ein paar Spiele auf dem Server. Also wir sind jetzt nicht die einzigen, die diese Lösung gefunden haben. Okay, habe ich vielleicht noch, ähm, vielleicht versuchen wir es mal beim Pet Simulator. Also wir kommen auf jeden Fall noch auf die Seiten und wir kommen auch sozusagen ins Roblox Studio rein. Und die Roblox Spiele werden auch gestartet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut, ähm, wir sind jetzt hier zum Beispiel beim Pet Simulator. Vielleicht funktioniert das. Skippen wir mal. Okay, hier sind auch ganz viele Spiele. Okay, also der Pet Simulator scheint zu funktionieren, aber auch noch nicht ganz richtig, weil wir können sehen, es dauert ein bisschen. Aber der Pet Simulator funktioniert. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall. Gut, okay, okay, es funktioniert. Also Pet Simulator funktioniert auch auf jeden Fall. Ähm, ich kann aber gerade, also normalerweise sollten hier noch andere Spieler auf diesem Server sein, aber die kann ich gerade nicht sehen. Die kann ich nicht sehen. Okay, Pet Simulator funktioniert also auch. Was ist, wenn wir auf die Entdecken-Seite mal gehen? Okay, da werden die Spiele noch nicht, doch, okay. Okay, ich glaube, Leute, guck mal, Brookhaven hat nur 8.000 Spieler gerade online. Was? 8.000 Spieler nur bei Brookhaven? Okay. Also ich glaube, wir befinden uns gerade in dem Moment, Leute. Wir erleben gerade den Moment, wo Roblox wieder hochgefahren wird, würde ich jetzt mal sagen, weil wir können jetzt hier wieder sehen. Anfang des Morgens ging das noch nicht. Murder Mystery 2,9K. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Piggy nur mit 660 Spielern. Das ist gerade real. Also ich habe das jetzt nicht über unseren Format sozusagen bearbeitet, sondern das ist gerade wirklich real. Kann ich denn schon suchen nach Erlebnissen? Wenn ich jetzt Adopt Me suche. Doch, es funktioniert wieder. Aber guck mal, nur 7,8.000 Spieler bei Adopt Me. Ich glaube, wir befinden uns gerade in den ersten Sekunden, wo Roblox wieder funktioniert. Was natürlich richtig gut ist. Was richtig gut ist. Es funktioniert also wieder. Also freut mich das. Ich schaue mal gerade bei Twitter, ob es vielleicht schon von Roblox eine Nachricht gibt, dass es funktioniert. Okay, das ist noch die letzte Nachricht. Hi everyone, we are aware that some of you are having issues existing in Roblox. Our team is actively working on it. Thanks for your patience. Okay, und das war vor 5 Stunden. Und ich glaube, es ist über Nacht passiert. Man kann sich auch Roblox-Status angucken. Und da werden die Server gezeigt. Okay, hier steht jetzt noch Error. Bei vielen Sachen. But it is here in joining games. Aber es scheint jetzt besser zu sein. Ja, es war jetzt vor ein paar Minuten. Aber ich glaube, weil das war alles noch rot. Zum Beispiel über Web kommen wir jetzt gerade schon rein. Also ich glaube, dass das vor ein paar Sekunden passiert. Also vor ein paar Minuten players are able to join again. We are seeing recovery. Also vor knapp 10 Minuten, glaube ich. Oder vor einer halben Stunde etwa. Ich weiß es gerade nicht, weil hier eine andere Zeit angezeigt wird. Aber es scheint sich zu verbessern, Leute. Das heißt, jetzt wo das Video online ist, scheint es sich, glaube ich, schon verbessert zu haben. Aber ey, Leute, einfach. Das waren gerade. Okay, okay, Leute. Wir sind gerade in den ersten Minuten dabei, wo Roblox wieder funktioniert. Und das freut uns, weil Roblox war down. Aber es funktioniert wieder. Und ich hoffe, das bleibt auch den Tag über so. Was ist, wenn wir jetzt ganz normal hier. Ich schaue nochmal auf unsere Seite. Ja, okay, der Avatar lässt sich jetzt auch laden. Okay, ich glaube... Ihr habt es gerade selber gesehen, ne? Okay, das ist... Also wenn wir hier auf Refresh... Okay, das ist noch, was man noch nicht laden kann, sozusagen, die Erlebnisse. Aber ich denke, dass das jetzt Step by Step passiert. Aber guckt euch das mal an. Einfach Brookhaven nur mit 22.000 Spielern. Also, Lifetopia nur 3.000. Sonic Speed Simulator nur 8.000. Hier, Find the Marker 2K. Also, das ist... Dass wir das mal miterleben, Leute. So... Also, so wenig aktive Spieler. Hängt natürlich damit zusammen, dass Roblox gerade sozusagen wieder hochgefahren wird. Aber ich finde das gerade ziemlich cool, dass man dabei ist. Ne? Das finde ich ziemlich gut. Okay, ich glaube... Leute. Ich checke jetzt nochmal Brookhaven hier final ab. Aber ich glaube, es funktioniert wieder. Es scheint, dass... Also, Roblox war down. Aber es funktioniert wieder. Ja, ich sehe auch schon andere Spieler auf dem Server. Aber ich denke, es dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Server wieder oben sind. Aber es funktioniert. Ihr könnt hier andere Spieler sehen. Machen natürlich das, was in Brookhaven immer gemacht wird. Einfach nur Unsinn. Aber es funktioniert. Okay, Roblox war down. Ist aber nicht mehr down. Und das freut uns, dass Roblox wieder da ist. Das heißt, es geht wieder weiter. Wir schauen nochmal auf die Zahlen. Die werden wahrscheinlich immer mehr. Ja, sie werden immer mehr. Das ist gut. Ich schau nochmal. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen natürlich auf die Spiele hat. Okay. Pet Simulators bei 23k. Adopt Me bei 13. Dann haben wir Brookhaven mit 22k. Piggy jetzt 2000 Spieler etwa. Arsenal mit 1,8.000. Ja, auf jeden Fall. Es wird wieder was. Ja, das war auf jeden Fall. Das waren auf jeden Fall ein paar wilde Stunden hier bei Roblox. Weil es nicht zu erreichen war. Ich war sozusagen am Videoschneiden. Und habe das dann zwischendurch gesehen. Habe erstmal gewartet. Und jetzt wollte ich das Video aufnehmen. Aber dass wir genau in diesem Moment sozusagen das Video aufnehmen, wo Roblox wieder hochgefahren wird. Finde ich gut. Leute, könnt ihr Roblox wieder erreichen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute kommen natürlich noch ein, zwei weitere Videos. Let's go. Ciao. Ciao.